Hey Leute, cool dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr seht, ich habe eine kleine neue Mod drin, die die Bewegung von diesem Typ so ein bisschen verändert darum soll es aber gar nicht gehen, es geht nämlich um das Haus, was ihr im Hintergrund seht und das wollen wir heute zusammen nachbauen, wenn ihr Bock darauf habt, wir schauen uns das gleich zusammen einmal kurz an fliegen außen rum, gehen einmal nach innen und dann, wenn ihr Bock habt, bauen wir das zusammen nach ich würde sagen, es ist ein mittelgroßes Haus, auf jeden Fall modern, das sieht man hoffentlich, denke ich mal und ja, dann würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze erstmal an hier ist die Vorderseite, wir haben komischerweise oder ausnahmsweise mal zwei Eingänge also hier links und rechts, ich weiß gar nicht, ja, ich wollte es einfach so symmetrisch machen deshalb habe ich zwei Eingänge genommen, an sich könnte man auch nur einen nehmen aber gut, wir haben zwei an diesem Haus, wenn wir außen rum fliegen, sieht das Ganze so aus auf der Außenseite und auf der Rückseite, fast so wie auf der Vorderseite nur, dass man keine Eingänge, sondern weitere Fenster hat auf der Unterseite und auf der Seite ist es genauso wie auf der anderen Seite also insgesamt ist es komplett symmetrisch von oben haben wir drei Dachfenster damit da auch ordentlich Licht reinkommt und dann würde ich sagen, gehen wir einmal rein und innen sieht das Ganze so aus, also ich habe jetzt absolut nichts eingerichtet das ist kompletter Rohbau ähm, genau, also man hat eigentlich nur eine Etage es lohnt sich nicht wirklich eine zweite reinzuziehen man könnte es theoretisch machen vom Platz her würde es gehen aber dann wäre es richtig eng also ich würde es nicht empfehlen äh, sondern ich würde es einfach so geräumig offen lassen und äh, genau, so sieht das Ganze aus und dann würde ich sagen gehen wir einfach mal raus und fangen an das ganze Ding zusammen nachzubauen ähm, die Blöcke, die wir brauchen das ist, glaube ich, auch mal eine Premiere wir haben keinen Quarzblock heute mit dabei sondern wir brauchen rissige Ziegelsteine wir brauchen Akazienholzbretter und das war es auch schon fast beziehungsweise Glasscheiben und Glasblöcke ich habe hellblaue genommen ihr könnt hier, wie auch sonst immer auch eine andere Farbe nehmen ähm, genau und dann noch so ein paar andere Sachen die ich dann immer ansagen werde und ich würde sagen wir fangen mit den rissigen Ziegelsteinen an und zwar genau in der Mitte des Hauses also hier vorne hier fangen wir an mit diesem Bereich und dafür müssen wir erstmal so einen Bogen bauen und dafür ziehen wir erstmal rissige Ziegelsteine aufeinander und zwar sieben Stück also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben dann lassen wir unten zwei Blöcke frei und machen das gleiche nochmal also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und verbinden die dann oben einmal also dass wir hier so einen Bogen haben und dann können wir eigentlich schon mal unten anstatt diesem Gras auch rissige Ziegelsteine reinsetzen und dann Glasscheiben in die Mitte packen dann haben wir hier schon mal dieses große Fenster dann als nächstes würde ich sagen wir gehen einmal hier oben hin an die Ecken und ziehen die schon mal nach hinten weg und zwar müssen wir da elf Blöcke weit gehen das heißt wir stellen uns hier hinter und ziehen das Ganze weiter wir zählen ab zwei weiter weil wenn man von oben drauf guckt haben wir ja schon einen Block dann haben wir einen zweiten, einen dritten und wie gesagt bis elf also vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und elf und ziehen das Ganze dann runter auf den Boden und das gleiche hier an dieser Ecke auch das heißt zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf ziehen das Ganze runter auf den Boden oben verbinden wir das dann einmal also hier und unten tauschen wir das Gras aus mit den rissigen Ziegelsteinen und setzen dann auch hier Glasscheiben komplett dazwischen dass wir hier so ein großes Fenster haben dann können wir einmal auf die Innenseiten gehen und rissige Ziegelsteine packen und also hier auf den Innenseiten das noch einmal hochziehen also ein zweites Mal und dann noch ein drittes Mal und das gleiche hier auf dieser Seite und auf der Seite auch das heißt hier ein zweites Mal und ein drittes Mal das ist von außen also wenn man von der Seite drauf guckt sieht das Ganze dann so aus und oben können wir dann auch hier nochmal zwei Blöcke reinsetzen und hier am Rand auch nochmal zwei Blöcke dann sieht das Ganze so aus genau dann haben wir hier diesen mittleren Part fertig dann würde ich sagen gehen wir einmal auf die rechte Seite beziehungsweise ich überlege gerade wie wir das am besten machen genau so wir müssen jetzt einmal wenn wir uns hier an diesem Block orientieren an dieser Wand in der Mitte davon lassen wir zwei Blöcke frei hier kommt nachher die Tür rein und hier auf den dritten hier setzen wir einen richtigen Ziegelstein hin also ich gucke nochmal von oben von allen Perspektiven drauf so genau da kommt der Block hin und den müssen wir jetzt einmal hochziehen auf eine Höhe von sechs Blöcken das heißt einen haben wir ja schon dann haben wir den zweiten dritten vierten fünften und sechsten ganz oben ziehen wir den zwei nach rechts also eins zwei und ziehen das dann einmal runter bis auf den Boden und dann haben wir hier auch so einen Bogen unten können wir dann die Erde austauschen mit dem richtigen Ziegelstein und dann auch hier in die Mitte Glasscheiben einsetzen genau das gleiche müssen wir auf der Seite machen nur spiegelverkehrt das heißt wir schauen uns hier wieder die Wand an an dem mittleren Block lassen wir zwei Blöcke frei und auf den dritten also hier setzen wir einen richtigen Ziegelstein drauf ziehen das Ganze hoch auf eine Höhe von sechs also zwei drei vier fünf und sechs dann zwei nach links raus und dann ziehen wir das runter auf den Boden tauschen unten das Gras aus mit mit rissigen Ziegelstein und packen Glasscheiben in die Mitte dann sieht das Ganze schon mal so aus und dann würde ich sagen auch hier machen wir erstmal diese ganzen Bögen fertig ich glaube das ist ganz cool wenn man die sofort fertig hat da gehen wir einmal an so eine Ecke dran und die müssen wir nach hinten ziehen und zwar jetzt muss ich gucken neun Blöcke sind das das heißt wir stellen uns hier hinter zählen ab zwei weiter bis neun also zwei drei vier fünf sechs sieben acht und neun das gleiche mit dieser Ecke also einen haben wir schon dann zwei drei vier fünf sechs sieben acht und neun dann können wir diese beiden schon mal runterziehen auf den Boden also diese beiden Ränder und dann oben können wir das einmal verbinden so dann unten das Gras austauschen mit rissigem Ziegelstein und Glasscheiben einsetzen das gleiche machen wir auf dieser Seite auch mit diesem Part und zwar wieder dahinter und dann zählen bis neun also zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun also von zwei bis neun und hier auch zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun und dann verbinden wir das hier hinten und ziehen dann diese Ecken runter auf den Boden so und tauschen unten das Gras aus mit rissigem Ziegelstein und setzen dann Glasscheiben in die Mitte ein so jetzt ist das schon wieder alles symmetrisch sehr gut ähm dann würde ich sagen machen wir jetzt mit dem Akazienholz weiter ne 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 noch nicht noch nicht sorry vorher müssen wir wieder auf die Innenseiten gehen jetzt von diesen kürzeren von diesen kleineren Bögen und jeweils hier links eine Linie hochziehen und rechts auch eine Linie hochziehen so das machen wir hier und hier also wir machen das jetzt überall bei diesen kleinen Bögen so hier auf der Seite auch und bei diesen hier genauso das heißt hier eine Verbindung nach oben hier eine Verbindung nach oben und auf der Seite auch so ich merke gerade es ist einfacher das von oben nach unten zu ziehen so äh genau das dann sind die Bögen schon mal fertig ähm und dann können wir oben hingehen und jeweils links noch einen Block reinsetzen und rechts einen Block reinsetzen hier das gleiche auch also an den Außenseiten eigentlich ist es ja nicht links und rechts sondern vorne und hinten aber ihr wisst schon was ich meine so genau dann haben wir die Bögen fertig und jetzt können wir mit dem Holz weitermachen und dafür gehen wir einmal zwischen den großen und den kleinen Bogen und auf der hintersten Ebene also auf der innersten ziehen wir auf der Höhe von 3 also 1, 2, 3 hier ziehen wir einmal Holz hin eine Verbindung dann lassen wir einen Block frei und ziehen dann nochmal eine Holzverbindung hier hin und packen Glas in die Mitte ein dass das Ganze so aussieht hier machen wir genau das gleiche das heißt auf dem dritten also auf dieser letzten auf dem letzten Block hier auf der Höhe von 3 ziehen wir eine Verbindung dann lassen wir einen frei ziehen dann noch eine Verbindung und packen Glasscheiben in die Mitte dann sieht das Ganze so aus dasselbe machen wir jetzt auf der Rückseite auch also wie gesagt das Haus ist komplett symmetrisch das heißt man muss immer das gleiche mehrmals machen ähm genau wir gehen wieder auf den dritten auf die Höhe von 3 ziehen eine Verbindung und dann lassen wir einen frei und ziehen hier eine Verbindung rein und dann Glasscheiben in die Mitte und hier das gleiche auch nochmal also auf den dritten auf der Höhe von 3 und auf der Höhe von 5 so und dann Glasscheiben in die Mitte ähm so und weil das hier die Rückseite ist ziehen wir jetzt hier also wir haben ja auf der Höhe 3 und auf der Höhe 5 eine Verbindung und auf Höhe 1 machen wir genauso auch nochmal eine Verbindung und ziehen Glasscheiben da rein und hier auch also hier zwischen einmal unten Holz rein und dann Glasscheiben und dann haben wir hier so die Rückseite ähm genau auf der Vorderseite kommen da Türen hin das können wir auch schon machen ich habe Birkenholztüren genommen und diese dann nicht von außen sondern von innen reingesetzt also wenn man so im Hausinneren ist einfach hier die Türen rein und hier nochmal Türen rein und wenn man jetzt von außen drauf guckt hat man da diese Türen perfekt sehr gut ähm fehlen natürlich noch die Sachen hier an der Seite da brauchen wir wieder Akazienholzbretter und wenn wir hier hingehen und von außen da drauf gucken dann seht ihr ja hier diese Ecke und genau hier müssen wir jetzt ein Holz dran setzen ein Akazienholz und dann noch einen zweiten dran setzen dann ziehen wir den zwei Blöcke runter noch also eins zwei und gehen wieder an die Hauswand dran also dass das Ganze so aussieht und hier in diese kleine Lücke da kommt dann eine Glasscheibe rein ähm genau das gleiche müssen wir jetzt auf der anderen Seite machen nur spiegelverkehrt das heißt wenn wir hier drauf gucken müssen wir dort einen Block hinsetzen den noch weiter rausziehen zwei runter und dann wieder an das Haus dran also dass man hier so ein C hat und dann das Glas rein und das gleiche hier auf der Rückseite auch nochmal das heißt hier ein Block dran ein weiter rausziehen zwei runter und wieder ans Haus dran also so und dann das Glas da rein und hier auf der Seite das gleiche also jetzt kommt hier nochmal so ein Bogen hin das heißt wir visieren diese Ecke an ziehen die zwei raus zwei runter und ans Haus dran und die Glasscheibe in die Mitte so perfekt jetzt haben wir das ähm was hier jetzt noch fehlt ist dass wir diese Seiten einmal komplett connecten das heißt wir nehmen uns wieder Holz und fangen an das von hier einmal rüber zu ziehen bis dahin auf der Unterseite genau das gleiche auch so und dann können wir hier schon mal Glasscheiben reinpacken und das gleiche machen wir auf dieser Seite auch das heißt wir connecten einmal hier die oberen beiden Ecken dann die unteren beiden Ecken und dann Glasscheiben in die Mitte rein und dann haben wir hier das Fenster perfekt so als nächstes würde ich sagen gehen wir hier in diesen unteren Part oder wenn man so im Hausinneren ist seht ihr hier diese rissigen Ziegelsteine und diese hier und die müssen wir jetzt einmal unten verbinden das heißt von hier ziehen wir einmal Rissige Ziegelsteine rechts rüber und dann noch ein zweites Mal und das gleiche auf dieser Seite hier auch das heißt von hier also das ist ja dieser äußerste Bogen ziehen wir das einmal rüber bis auf die Seite und von hier einmal rüber auf die Seite der Grund dafür kann ich euch ganz einfach sagen wenn man von außen drauf guckt damit man hier eine solide Wand hat ähm genau so dann würde ich sagen nehmen wir uns Akazienholzstufen und hier an den äußeren Bereichen müssen wir einmal hier Akazienholzstufen entlang ziehen und das gleiche auf dieser Seite auch also hier unten Akazienholzstufen drauf ähm auch damit man von unten also damit das hier einfach komplett dicht ist so ne und das gleiche können wir dann auf der Oberseite schon mal machen also hier auch Akazienholzstufen entlang ziehen auf der anderen Seite genauso hier oben Akazienholzstufen entlang und dann können wir das hier zwischen auch machen also da wo wir hier Holz haben an der obersten Schicht davon nehmen wir uns wieder Akazienholzstufen und ziehen die einmal rüber bis auf die andere Seite bis sich das damit verbindet und hier dasselbe noch einmal also nicht hier oben drauf sondern hier dran so dann einmal bis da hin rüber dann so dann brauchen wir wieder rissige Ziegelsteine und ihr seht ja hier diese Lücken und die müssen wir jetzt zumachen indem wir also es ist ja dieser große Bogen an diesen Verbindungen hier unten noch jeweils einen Block dran ziehen und auf der Seite auch jeweils einen Block dran ziehen so dann ist das Ganze zu und was jetzt noch fehlt sind eigentlich nur noch diese Dachfenster und die haben wir schon perfekt so geformt dass wir nur noch Glasblöcke brauchen und die hier einsetzen müssen also hier und hier komplett Glasblöcke rein und hier Glasblöcke rein ups so der war zu viel und damit sind wir eigentlich schon durch ich fliege gerade nochmal außen rum und gucke ob noch irgendwo was offen ist aber es sieht nicht so aus ähm ja genau was dann noch fehlt ist sag ich mal dass man den Boden verändern kann ähm gut das mache ich jetzt nicht das kriegt ihr selber hin einfach überall da wo Gras ist macht ihr dann irgendeinen Boden rein ich habe hellgraue Wolle genommen ich finde das passt eigentlich farblich ganz gut dazu gut hellgraue Wolle muss ich sagen passt immer farblich dazu weil es ja keine wirkliche Farbe ist aber ähm ja jedenfalls habe ich diese Farbe genommen so hier seht ihr das könnt aber natürlich auch eine andere Farbe nehmen und äh ja wie gesagt das war es eigentlich schon mit dem Haus und falls euch das ganze gefallen hat meine Freunde ich mag das nicht wie der hier fliegt das sieht irgendwie komisch aus ich stelle mich mal auf den Boden so besser okay ja falls euch das ganze gefallen hat äh dann lasst gerne ein Like da lasst ein Abo da und ansonsten findet ihr das Haus natürlich wie auch sonst immer auf meiner Website ähm postet es auch gerne auf Instagram mit dem Hashtag Janis Gerzen ich versuche auf Instagram wieder ein bisschen aktiver zu werden ähm oder auch in die Janis App rein und ansonsten wirklich nochmal vielen vielen Dank und ich würde sagen bis zum nächsten Mal haut rein meine Freunde ciao 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 ha